Komm schon! Oh Gott, was ist jetzt los? Nein! Keine Munition mehr! Kann ich zu ihm gehen? Oh! So! Dann gehts jetzt mal ins Eingemache! Hüse! Hüse! So! Hui! Ich lass' das Licht machen! Ist das nicht Schalter? Ja, 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 ja! Hier wird gebrüllt und geknurrt ohne Ende! Ah, herrlich! Das tut ja richtig gut! So! Viel Energie war das nicht! Ich bin zu lang lang! Ja! Hier spricht der General! Der General! Nicht verlassen, solange noch ein einziger Gunman am Leben ist! Mein Schiff wird auf der Landeplattform bleiben, bis ich Meldung über sein Ableben erhalte! Mein Gott! Ist der wirklich so sauer auf uns sein? Mensch! So! Oh Gott! Huah! Was ist hier? Was war das? Wer war das? Ein Gegner! Erwicht! Ja, ja! Oh, oh! Komm her! Komm her! Komm her! Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Komm her raus, du! Muss ich ihn mir holen! Na! Ich höre ihn rennen! Komm her! Komm her! Verpiss dich, ey! Was ist das denn? Oh, eine Bombe! Beziehungsweise ein Schalter, oder? Die haben uns da vorher diese Bombe hingelegt! Ah ja! So! Der General und Wissenschaftler hat da was erzählt! Was haben die nur vor? Außer uns zu töten natürlich! Muss ja noch irgendeinen größeren Plan haben, oder? So ne Lebensplanung! Sooo! Ja! Bah! Komm schon! Erwischt! Komm, 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 komm! Hab dich, hab dich! Ja! Da ist er dahin! Oh! Ja! Hey, Caramba! Das Schiff! Ich höre hier mitlaufen! Oder bin ich jetzt ne? Wow, wow, wow! Oh, oh! Wunderbar! Ach, diese Waffe! Mit der haben wir ja super trainiert! Mhm! So! So! Oh Gott! Was schreit hier so rum? Ach, hier! Da, schau her! Gefangene Exemplare! Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Dann geh ich mal hier vor! Komm schon! Hoch da! Ach! Depp! Oha! Aber! Der muss auch hier hoch! Da komm ich nicht hoch! Ne! Ich muss da vorne hoch! Ach! Und dann? Ich steu mich aber auch wirklich sehr empfindlich! Nein! Oh, jawoll! Aber! Wir kommen auch nicht weiter! So! Supertoll. Wo muss ich hin? Kann ja auch nirgends rein. Ach so, jetzt ist klar. Nein! Die Steuerung, Mann. Die ist wirklich... Eine Hölle mehr. Nein. Komm schon, das gibt's doch nicht. Ich stelle die Halle zu blöd. Oh! Ey, gibt's es? Ist es aber auch mal ein Weg? Jesus Maria! Ich hab's denn vorhin gemacht. Dass sich so krass reagiert auf jeden Druck. Mann! Ich glaub nicht, dass es unser Weg ist. Oh Gott! Letzter! Das wusste ich nicht. Hier, hier, hier. Bisschen Muni aufgehoben. Ja, irgendwie muss ich da hoch... Ach, guck hier. Das ist ja lustig. Bringt mir das was? So, jetzt ganz langsam. Na bitte. Jetzt dann lang. Jawohl. Oh, endlich. Oh Gott! Oh Gott! Du Nazi! Halt's Maul. Oh Gott, ich bin ja fast tot! Fuck! Ich bin ja heftig gleich tot. Ja, nicht geil. Achso, ähm, ja. So, wir drücken einmal F8. Ich habe mal wieder hart gefailt. F8 ist die schnelle Ladentaste und nicht die schnelle Speichertaste. So. Ich bin jetzt wieder hier. Habe stets energietechnisch natürlich ein bisschen besser da. Aber, mein Gott. Was für ein Fehler. Aber egal, das gehört dazu. Und wir erledigen jetzt mal den Typ hier oben. Ja! Komm! Halt die Fresse. So. Oh je. Ah ja, okay, jetzt sind wir hier. Ein Schiff. Ich kenne dieses Schiff. Nicht, dass hier gleich der Dinosaurierkopf wieder auftaucht. Diese Gegend hier ist ja geradezu prädestiniert dafür. So. Ah ja. Hier oben ist nichts mehr. So ein Ticken Energie wäre aber trotzdem geil irgendwie nochmal. Oh. Es grunzt und es schreit. Hier ist nichts. Ach hier. Oh. Aber da ist echt nicht viel drin in den Kisten, ey. Oha. Cockpit Speaker. Was geschieht jetzt? Oh. Wir verlassen diesen Kackplaneten. Wuhu. Super. Spiel vorbei, oder? Oha. Oh. Oh. Oha. Krass. So, wo geht's jetzt hin? Cockpit Speaker. Oha. Oh Gott. Was für nette, ähm, Flugbegleiter. Ich bin von den Reptilwesen dieses Planeten enttäuscht. Meine Kinder haben das Reptil zur Strecke gebracht. Tja. Wir sollten jetzt mal nach unseren gefährlicheren Exemplaren sehen. Kurs auf den fernen Mond. Oha. Wie mehr Ziel weiterhin verfolgen. Ich denke, die Reptilien im Laderaum haben ganz brauchbares Genmaterial. Die letzten Xenom-Lebensformen waren allerdings schon fast perfekt. Oh je. Der Bericht des Wissenschaftsteams ist ein äußerst wichtiger Schritt. Falls die Xenoms die mechanisierte Anstalt zerstören konnten, haben sie sich selbst als die besten Biowaffen aller Zeiten erwiesen. Man kann immer was verbessern. Ein Beispiel. Sie sind immer noch sehr schwer zu kontrollieren. Melde. Kurs berechnet. Bereit für Eintritt in Kata Raum. Oh Gott. Na, das sieht aber nach heftigen Gehnexperimenten aus. Le Generale ist ganz schön ein Schlitzohr. Oha. Wir stellen auf einen Mond zu. Was gibt es auf diesem Mond zu entdecken? Die wissen nicht, dass ich hier drin hocke. Das ist der perfekte Ort, um die Fähigkeiten der Xenoms zu testen. Die Anstalt wurde verlassen, als die Umlaufbahn des Mondes instabil wurde. Das ist eine tödliche Falle. Das Ding wird nur von Kata Raumankern provisorisch zusammengehalten. Die Mainframe-Computer-KI der Einrichtung ist seit Unzeiten nicht mehr defragmentiert worden. Die dürfte mittlerweile durchgedreht sein. Oha. Wir werden es bald erfahren. Kontaktieren Sie das Wissenschaftsteam. Oh je. Die kenne ich doch. Diese Biest erkenne ich doch. Das waren die Hologramme. Oh je. Unerwartete Situation. Das Wissenschaftsteam ist nicht da. Oh Gott. Revolution. Flugtronen nähert sich gut an den Fektor. Oh. Fuck. Ich kann mich nicht bewegen. Oh Gott. Oh nein. Ich bin mit. Fuck. Oh Mann. Ich bin eine tolle Wurst. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das denn? Wir machen alles platt hier. Geh weg, 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 weg. Oh. Halt mir aber nicht viel aus. Oh oh. Was klopft denn da? Oh. Weg mit dir. Oh Mann. Toller Teller. Jetzt bin ich hier. Auf dem Mond hier. Zurück gelassen worden. Aber das G-Material liegt jetzt auch hier rum. Pioten. Wo geht's lang? Munition. Munition, Munition. So. Bin ich nochmal hier? Dann schauen wir mal weiter. Tut tut tut. Das ist ein Schrottplanet, hey. Das ist ein Schrottplanet, hey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das da vorne? Hilfe, die Drohnen greifen uns jetzt an. Oho. Oho. Metzl. Verpiss dich. Mei. Stirb halt. Stirb halt. Nein, 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 um Gottes Willen. Nein. Ich bin tot. Da bin ich geladen. Äh. Hitzer. Lass den Saurier in Ruhe. Oh, 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 bringt das den Saurier, oh Mensch. Komm her, du. Puh, puh, puh. Äh. Oh Mann, oh Mann. Hilfe, die Drohnen greifen uns jetzt an. Ja, ja. Komm, 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 komm. Danke. Bitte. Wir haben geholfen, Mike Schena zu retten. Oh, oh. Was ist das, geht mit dir ab, du blöder Penner? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.